Hallo, mein Name ist René Schulte. Ich lebe hier in Dresden mit meiner Frau und unseren fünf Kindern und habe auch hier an der HDW Dresden, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Medieninformatik studiert, so vor 15 Jahren. Vor ungefähr neun Jahren wurde ich angeworben sozusagen von einer US-Firma und arbeite mittlerweile seit fast neun Jahren direkt für eine US-Firma. Was machst du bei Valorem Reply? Also ich arbeite für die Firma Valorem Reply. Wir machen Beratung und Implementierung von Software. Meine Thematik sind vor allem diese Emerging Technologies, also Technologien, die so gerade am kommen und am wachsen sind. Mein Fokus dazu ist Spatial Computing, was beinhaltet Augmented und Virtual Reality, also diese Brillen sowas zum Beispiel, oder KI, also künstliche Intelligenz. Und natürlich ganz klar, Quantencomputing ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Was habt ihr mit Quantencomputing zu tun? Also wir beschäftigen uns bei Reply seit 2018 mit der Quantentechnologie und mit Quantencomputing und der Fokus ist vor allen Dingen auf angewandte Quantencomputing und Anwendungsfälle heutzutage. Ja, weil häufig hört man ja, okay, Quantencomputing, das ist alles Science Fiction, das ist erst ein paar Jahren relevant, aber es gibt Anwendungsfälle heutzutage, wo das super relevant ist und vor allen Dingen da in einem Bereich, das nennt sich Quantum Inspired Computing, also Quanten inspirierte Verarbeitung. Und da werden Algorithmen und Prinzipien von Quantencomputing und Quantenmechanik in Algorithmen gegossen und damit kann man dann bestimmte, zum Beispiel Optimierungsprobleme schneller und einfacher lösen. Kannst du uns Quantum Computing erklären? Man kennt ja klassisches Computing, das heißt ein PC oder was auch immer von Computer man hat, zum Beispiel auch ein Smartphone, was einige sicherlich gerade in der Tasche haben. Das sind ja faktisch klassische Computer, die auf Halbleitertechnologie basieren und da wird halt mit Bits gerechnet, sprich mit Nullen und Einsen, an oder aus, komplett digital. Und bei Quantencomputing wird halt ein komplett anderes Prinzip verwendet und da wird auch mit Qubits gerechnet. Und die können halt nicht nur Null und Eins sein, sondern auch bestimmte Werte dazwischen und das auch noch zur gleichen Zeit. Und das ist ja faktisch dieses abgefahrene Prinzip, was immer noch schwer zu greifen ist, warum das überhaupt funktioniert. Aber damit kann man halt Berechnungen anstellen, die halt auch analog sind und näher dran an der echten Welt, wie sie um uns herum ist. Und dadurch kann ich zum Beispiel bestimmte Probleme einfach schneller und effizienter lösen, die heutzutage einfach noch unlösbar sind, weil sie Hunderttausende Jahre berechnen würden. Und mit dem Quantencomputer kann es vielleicht berechnen werden, ein paar Minuten oder Sekunden vielleicht sogar. Du hast gerade vom Qubit und dem Prinzip der Superposition gesprochen. Welches Phänomen nutzen Quantencomputer noch? Also Entanglement oder Verschränkung ist ein weiteres Prinzip in der Quantenmechanik und das wird halt auch genutzt bei Quantencomputern. Und wenn man sich dieses Qubit vorstellt, habe ich natürlich nicht nur eins, ich brauche ja mehrere, um wirklich sinnvolle Berechnungen zu machen. Und dann ist es so, wie kann ich diese Qubits, die sind ja im Endeffekt physikalisch sind es Partikel. Das kann zum Beispiel ein Ion sein, was häufig benutzt wird. Also nennt sich eine Trapped-Ion-Quantencomputer. Die nutzen zum Beispiel Ionen. Und dann gibt es andere, die nutzen zum Beispiel Photon und verschiedenste andere Technologien. Und das ist aber mein physikalisches Qubit. Muss ja irgendwas sein. Und das ist jetzt beispielsweise so ein Ion. Und dann kann ich das Qubit mit einem anderen Qubit verschränken. Das heißt, ich connecte die sozusagen. Und das Irre dabei ist, wenn ich die trenne danach, nach dem Entanglement, also ich schicke zum Beispiel physikalisch eine Ion in die Richtung und das andere in die Richtung und führe bei einem von denen eine Veränderung vor. Zum Beispiel drehe die Phase, also rotiert im Endeffekt. Die Phasenveränderung bei dem einen werde ich auch bei dem anderen sehen. Obwohl sie physikalisch in zwei verschiedene Richtungen sozusagen geschickt wurden, aber die wurden am Anfang verschränkt, enttengelt sozusagen und sind damit immer miteinander verbunden. Kann man eigentlich auch als Quereinsteiger in so einem komplexen Themenfeld anfangen? Man muss keine Physikerin sein, sondern man kann auch zum Beispiel Softwareentwicklung machen oder Design oder verschiedene andere Themen. Erst vor zwei Tagen habe ich ein Jobposting gesehen für eine Stelle bei einer Firma, die sich mit Quantencomputing befasst und die haben zum Beispiel eine Application-Designerin gesucht. Da sieht man halt, es ist komplett divers. Es sind nicht nur einfach in den Laboren beispielsweise Grundlagenforschung, sondern es gibt ja wie gesagt auch Entwendungsfälle und da gibt es natürlich auch Rollen, zum Beispiel Projektmanagement, Design, Entwicklung, Softwareentwicklung, was es alles gibt, super divers und natürlich komplett interdisziplinäre Teams, die wirklich aus verschiedenen Bereichen auch zusammenarbeiten. Und man muss halt nicht unbedingt einen Postdoc in Physik haben oder arbeiten, sondern wie gesagt, es gehen halt auch viele andere Bereiche. Du bist ja selbst Host einer Videoserie. Erzähl uns noch mehr über das Projekt Qbytes. Genau, ich mache eine Videoserie, die nennt sich Qbytes, Byte-Sized Pieces of Quantum Computing. Und wer gut aufgepasst hat, Qbytes ist faktisch beim Qubit, da habe ich noch ein E reingebaut, dann klingt es nach Byte, also im Englischen der Happen. Und das ist halt das Ziel, in kleinen Happen faktisch angewandtes Quantencomputing näher zu bringen. Und da lade ich dann halt immer wirklich richtige Expertinnen ein, die dann zu bestimmten Themen interviewt werden. Und die Videos gehen halt so fünf bis zehn Minuten jeweils zu verschiedenen Themen. Also zum Beispiel ein Video über Quantensecurity oder eins haben wir gemacht über die Quantum Computing Workforce of the Future und verschiedene andere Dinge. Ja, das sind Anwendungsfälle heutzutage. Und das halt auch zugänglich zu machen, dass man halt keinen Doktor in Physik benötigt, beispielsweise um sich die Sachen anzuschauen. Und wie gesagt, Fokus auf angewandtes Quantencomputing. Lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Werden die Quantencomputer unsere klassischen Smartphones ersetzen? Ja, sehr gute Frage. Also Quantencomputing in unseren Taschen wird wahrscheinlich nicht passieren, denn was man sich immer vor Augen führen muss, dass Quantencomputer vor allen Dingen für spezielle Probleme sehr gut geeignet sind, weil sie diese parallel berechnen können und diese bestimmt optimieren und so weiter. Es wird dennoch klassische Computer geben. Das Smartphone wird auch noch auf absehbare Zeit auf Halbleitertechnologie basieren. Und man wird nicht den Quantencomputer in der Tasche haben. Man muss sich das auch mal vorstellen, das sind ja auch riesige Maschinen, ja. Und die Quantencomputer werden ja auch faktisch, das sind ja wirklich sehr, sehr fragile Zustände, die werden auch faktisch auf den Nullpunkt runtergekühlt, im Vakuum. Und das will man natürlich auch nicht in der Tasche haben. Also wenn das dann mal, dann ist nicht mehr nur der Akkubrand faktisch, ja. Das ist dann noch eine ganz andere Thematik. Aber nein, also man wird noch klassisches Computing haben, das braucht man auch weiter, um zum Beispiel auch so einen Quantencomputer überhaupt anzusteuern. Also das wird weiterhin passieren. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich in Rente gehe oder nicht mehr, vielleicht sind dann die Quantencomputer so klein, dass wir die in der Tasche haben. Aber prinzipiell ist es so, dass es einfach eine zusätzliche Möglichkeit ist für spezifische Probleme, die zurzeit halt einfach zu komplex sind, um die zu berechnen. Die kann ich halt über die Parallelisierung mit einem Quantencomputer viel, viel besser berechnen. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht gibt es auch Sensoren, die dann über Quantenmechanik dann mit unserem Gehirn vernetzt sind. Wer weiß es schon. Es gibt ja die ein oder anderen Science-Fiction-Serien, wo man sowas sieht. Es gibt auch Forschungen, die laufen, um zu schauen, ist denn das Gehirn eigentlich selbst ein Quantencomputer, ja. Macht denn die Verarbeitung im Gehirn eigentlich als quantenmechanische Prinzipien? Weiß man nicht. Aber vermutlich ist es so, dass einfach Quantencomputing super relevant sein wird für die Zukunft und vor allen Dingen um diese super komplexen Probleme zu lösen. Warum sollten sich junge Menschen mit dem Thema beschäftigen? Also Quantentechnologie ist ein komplett neues Feld, was natürlich schon ein paar Jahre jetzt beackert wird. Aber da kann man noch richtig viele neue Landschaften faktisch erschaffen und mitgestalten. Und man muss halt nicht unbedingt eine Physikerin sein oder Physik studieren, sondern wie ich sagte, gibt es halt verschiedene andere Felder auch in dem Bereich, wo man arbeiten kann. Aber es ist vor allen Dingen für jemanden Freigeist, kreativ und ein bisschen um die Ecke denken. Für diese Leute ist es natürlich super relevant und es ist nicht nur irgendwelche Hardcore-Mathematik-Formeln lösen, sondern es gibt wirklich praktische Anwendungsfälle. Und wie gesagt, es sind auch Themen dabei, wo man auch wirklich extrem komplexe Probleme lösen kann. Zum Beispiel Simulationen von Klimamodellen, das wird sich damit verbessern lassen. Und man wird große Probleme in der Menschheit auch damit erschlagen können im Endeffekt.